Wenn ich durch meine Gassel gehe, bleiben die Leute gleich von der Leiden stehen. Und sie fängt gleich an, die Frage rein, sonst haben sie nichts für mich dabei. Am meisten fragen die Liebesleut, die können sie kaum da warten. Doch wenn sie einmal verheiratet sind, dann schreiben sie bloß nur Karten. Ich bin bei der Post nur ein ganz kleiner Mann. Doch ist an mein Amt etwas Besonderes dran. Ein Brieftrocher bin ich, ich kenn jedes Haus. Und bei jeder Tür schaut ein Schicksal heraus. So hat jedes Briefer halt seine Melodie. Da kenn ich mich aus und so verteile ich sie. So bring ich das Schicksal, wie's grad kommen muss, oft den glücklichen Anfang und oft manchmal den Schluss. Wo ist der Briefer? Sehr lieb, von wem ist denn das? Schön, das kenn ich gar nicht. Na das ist doch vom Lichtenegger Franzl. Ein Windegger, der hat das Lieb eigentlich für uns Brieftroger komponiert. Ja, so ist das. Wenn Leute von mir ein Briefer kriegen, ist interessant wie sie reagieren. Der eine lacht, der andere spinnt, bei manchen gar ein Tränlein rennt. Es hat mich auch schon eine geküsst, ein Marla Jungs, ein schönes, die wenn ein Briefer verrückt wurde ist. Na, ich war nicht das. Verstehen Sie? Ein alter Sünder. Ich bin bei der Post nur ein ganz kleiner Mann. Und doch ist an mein Amt was Besonderes dran. Ein Brieftroger bin ich, ich kenn jedes Haus. Und bei jeder Tür schaut ein Schicksal heraus. So hat jedes Briefer halt seine Melodie. Da keil ich mich aus. Und so sortiere ich sie. So brenn ich das Schicksal, wie es gerade kommen muss. Oft den glücklichen Anfang und oft auch den Schluss. Bravo! 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 Die Bost sweatsh некоторые ... Da, 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 die Posten sind da. Da, 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 die Posten sind da. Da, 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 die Posten sind da. Wenn ein Brief verrückt wurde, ist, ich war nicht das. Verstehen Sie? Ein alter Sünder. Ich bin bei der Post nur ein ganz kleiner Mann. Und doch ist an mein Amp was Besonderes dran. Ein Briefdrucker bin ich, ich kenn jedes Haus. Und bei jeder Tür schaut ein Schicksal heraus. So hat jedes Brief dran. Ein Briefdrucker bin ich, ich kenn jedes Haus. Und bei jeder Tür schaut ein Schicksal heraus. So hat jedes Brief halt seine Melodie. Da kenn ich mich aus und so verteile ich sie. So bring ich das Schicksal, wie's grad kommen muss. Oft den gliedlichen Anfang und oft manchmal den Schluss. Sehr lieb. Von wem ist denn das? Schön, das kenn ich gar nicht. Na, das ist doch vom Lichtenegger Franzl. Ein Windegger. Der hat das Lied eigentlich für uns Briefdrucker komponiert. Ja! So ist das. Wenn die Leute von mir ein Briefdruck kriegen, ist interessant, wie sie reagieren. Der eine lacht, der andere spinnt, bei manchen gar ein Tränlein ringt. Es hat mich auch schon eine geküsst. Ein Marla, Jungs, ein schönes. Die walt seine Melodie. Da kenn ich mich aus und so sortiere ich sie. So brenn ich das Schicksal, wie's grad kommen muss. Oft den glücklichen Anfang und oft auch den Schluss. Bravo, 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 bravo. Und sie fangt euch an, die Francherelle, sonst haben sie nix für mich dabei. Am meisten fragen die Liebesleut, die können sie kaum da warten. Doch wenn sie mal verheiratet sind, da schreiben sie bloß nur Karten. Ich bin bei der Post nur ein ganz kleiner Mann. Doch ich san mein Amt etwas besonder. Der Franzl, ein Windecker, der hat das Lied eigentlich für uns Brieftrager komponiert. Ja, so ist das. Wann die Leute von mir ein Brieftel kriegen, ist interessant, wie sie reagieren. Der eine lacht, der andere spinnt, bei manchen gar ein Tränlein rinnt. Es hat mich auch schon eine geküsst, ein Marler, Jungs, ein Schönes, die, wenn ein Brief verrückt wurde, ist. Na, ich war nicht das. Verstehen Sie? Ich bin bei der Post nur ein ganz kleiner Mann. Und doch ist an mein Amt etwas Besonderes dran. Ein Briefdrucker bin ich, ich kenn jedes Haus. Und bei jeder Tür schaut ein Schicksal heraus. So hat jedes Briefer halt seine Melodie. Da kenn ich mich aus. Und so sortiere ich sie. So bring ich das Schicksal, wie es gerade kommen muss. Auf den glücklichen Anfang, und oft auch den Schluss. Bravo! Bravo! ? ? Ich bin ein bisschen verrückt mit dem, ich will nicht das. Ich bin bei der Post nur ein ganz kleiner Mann, und doch ist an meinem Amt was Besonderes dran. Ein Brieftrocher bin ich, ich kenn jedes Haus, und bei jeder Tür schaut ein Schicksal heraus. So hat jedes Briefe dran, ein Brieftrocher bin ich, ich kenn jedes Haus, und bei jeder Tür schaut ein Schicksal heraus. So hat jedes Briefe halt seine Melodie, da kenn ich mich aus, und so verteile ich sie. So bring ich das Schicksal, wie's grad kommen muss, oft den glücklichen Anfang, und oft manchmal den Schluss. Sehr lieb. Bleiben die Leute gleich von der Leiden stehen, und sie fängt gleich an, die Franchere, sonst haben sie nichts für mich dabei. Am meisten fragen die Liebesleute, die können sie kaum da warten, doch wenn sie einmal verheiratet sind, da schreiben sie bloß nur Karten. Ich bin bei der Post nur ein ganz kleiner Mann, doch ist an meinem Amt was Besonderes dran. Ein Brieftrocher bin ich, ich kenn jedes Haus, und bei jeder Tür schaut ein Schicksal heraus. So hat jedes Briefe halt seine Melodie, da kenn ich mich aus, und so verteile ich sie. So bring ich das Schicksal, wie's grad kommen muss, oft den glücklichen Anfang, und oft manchmal den Schluss. Sehr lieb, von wem ist denn das? Schön, das kenn ich gar nicht. Na, das ist doch vom Lichtenegger Franzl, ein Windegger, der hat das Lied eigentlich für uns Brieftrocher komponiert. Ja, so ist das. Wenn Leute von mir ein Brieftrocher kriegen, ist interessant, wie's reagieren. Der eine lacht, der andere spinnt, bei manchen gar ein Tränlein rennt. Es hat mich auch schon eine geküsst, ein Marla, Jungs, ein schönes, die, wenn ein Brieft verrückt wurde, ist, ich war nicht das. Verstehen Sie? Ein alter Sünder. Ich bin bei der Post nur ein ganz kleiner Mann, und doch ist an meinem Amt was Besonderes dran. Ein Brieftrocher bin ich, ich kenn jedes Haus, und bei jeder Tür schaut ein Schicksal heraus. So hat jedes Briefer halt seine Melodie, da kenn ich mich aus, und so sortiere ich sie. So brenn ich das Schicksal, wie's gerade kommen muss, auf den glücklichen Anfang, und oft auch auf den Schluss. Bravo, 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 bravo. Brieftrocher